Na, wie ihr wisst, ging ich faul, 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 um meine große Liebe zu finden, finden, finden. Doch unglücklicherweise stecke ich hier fest in der Tarn, Tarn, Tarn. Du steckst wo? Der Poststempel ist von 1969. Ich brauche eure Hilfe. Nach Paris! Bonsoir. Victor hatte eine Zeitbadewanne konstruiert und mit der konnte man in die Vergangenheit reisen. Hä? Zeit. Was für ein Ding? Der ist ins Jahr 1969 gereist, um die Ortzeit zu verhindern zwischen mir und Club-Klischee. Oh, wow! Noch ein Tipp für die Reise. Manche sagen, die Zeit steht still, aber in Wahrheit geschieht alles zur selben Zeit. Immer und immer wieder. Hüpf! Sag hallo zu meinem kleinen, ganz schön schweren Freund. Arschbombe! Auf ins Jahr 1431! Ist er schon da? Was soll ich tun? Halt mich fest! Wo ist Proktor? Fahr. Fahr. Ah, sie will wissen, ob wir die Faust in den Mund kriegen. Ich glaube, sie fragt, ob wir Hunger haben. Ach ja! Ja!